Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich eingefunden über Skype mit Bruder Michael in Deutschland und wir müssen leider auf Victors Verstärkung heute verzichten, aber wir haben uns vorgenommen, heute die 24. Lesung des zweiten Bandes zu machen von dem wundervollen Buch von Karl Theodor Griesinger über die Jesuiten, die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir sind im sechsten Buch, die Herzensgüte der Jesuiten oder die Erlaubnis zu Mord und Totschlag. Da fangen wir jetzt heute das fünfte Kapitel an. Pedro Pablo Abaraca de Bolea, Graf von Aranda oder die Aufhebung der Jesuiten Nestler in Spanien. Ja, das ist die Aufgabe der 24. Lesung und dazu möchte ich dann ganz herzlich mit mir über Skype verbunden Bruder Michael in Deutschland begrüßen. Hallo Michael, herzlich willkommen und ich hoffe es geht dir gut. Hallo und guten Abend Jörg und guten Abend liebe Zuhörer und Zuschauer an den Geräten zu Hause und unterwegs eventuell sogar. Mir geht es einigermaßen gut und ich bin total begeistert, dass der Jörg heute sogar geschafft hat, den langen Titel fehlerfrei wiederzugeben, was mir auch nicht immer gelingt. Und von daher sind wir auf dem besten Wege, dieses Buch demnächst auswendig zu können. Und um daran weiter zu üben, fangen wir dann auch direkt mit an. Ach, das wäre schön, wenn ich das Buch auswendig könnte. Da ist so viel wundervolles Wissen drin in diesem Buch, das ist einfach unglaublich. Aber ich kann das nicht alles so behalten. Ich habe auch heute nicht die Zeit gehabt, viel vorzulesen, weil ich, wie ihr seht, hier noch beschäftigt bin mit Herrscher des Bösen und das zu vergleichen mit dem Englischen in Übersetzung und das Korrektur zu lesen. Kapitel 9 und Romanismus und die Reformation muss ich auch noch ein bisschen Korrektur lesen. Also ich habe viele andere Dinge zu lesen, deswegen habe ich es nicht wirklich geschafft, mich in diesem Buch vorzubereiten. Also verzeiht mir etwas, weil wir haben heute den, was haben wir heute überhaupt, den 10. Januar 2019. Das heißt, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir noch eine Lesung gemacht haben, weil so viele Dinge dazwischen gekommen sind. Nicht, weil wir keine Lust hatten oder so. Nein, aber wir haben das ganze Pensum abgearbeitet hinter den Diktatoren. Wir haben 37 Buchlesungen davon, 8 Nachträge da oben drauf gemacht und noch andere Dinge. Mit Viktor habe ich das Buch der römisch-katholischen Sexual-Moraltheologie von Alfonso Liguori durchgelesen im Rahmen der Videoserie Systematischer katholischer Kindesmissbrauch und so weiter und so weiter. Es sind so viele Dinge gewesen und Michael hat auch sehr wenig Zeit gehabt in der Endjahrphase und Neujahrsphase, weil er sich da viel mehr um sein Geschäft hat kümmern müssen, was ja auch verständlich ist. Und da hatten wir nicht so viel zusammen machen können. Also heute endlich wieder zurück. Aber das heißt eben auch, ich habe lange keine Frakturschrift mehr gelesen. Ich habe zwar die ersten drei Seiten vorbereitet, aber das war es auch. Und von daher verzeiht mir bitte, wenn ich hier und da vielleicht ein wenig stottere. Normalerweise bin ich mit der Frakturschrift ja schon ganz gut bekannt geworden durch die Buchlesung von Griesinger. Aber es kann halt hier und da passieren, dass ich auch mal ein wenig den Faden verliere. Das bitte ich von vornherein mir dann bitte schön nachzusehen heute. So, und wo ich das jetzt alles erklärt habe, denke ich, können wir anfangen mit dem fünften Kapitel Pedro Pablo Abaraga de Bolea, Graf von Aranda oder die Aufhebung der Jesuitennester in Spanien. Wie die Jesuiten und der König Philipp II. in Spanien zu einer ganz außerordentlichen Macht gelangten, das haben wir schon im zweiten Buch gesehen. Und wenn sie nun auch später hiervon etwas einbüßten, weil die Dominikaner mit ihrer Inquisition sich ihnen mit Macht entgegenstemmten, so behielten sie doch ihre großartigen Reichtümer, die sie sich gesammelt, sowie ihren oft außerordentlichen Einfluss auf die Angehörigen des Hofs und Dirigenten selbst. Nun, was ich persönlich hier ein wenig ein Verständnisproblem mit habe, ist, dass der Autor hier schreibt, weil die Dominikaner mit ihrer Inquisition sich ihnen mit Macht entgegenstemmten. Und ich habe da deswegen ein Problem mit, weil ich ja früher das Buch Herrscher des Bösen bereits gelesen habe, erst in Englisch und jetzt fange ich es auch in Deutsch an. Und wir dort lernen in Kapitel 7 der Fingerzeig Gottes, dass die Jesuiten 1542 die Inquisition von den Dominikanern übernommen haben. Also entweder ist der Autor sich hier dieses Faktes nicht bewusst, dass er das hier so schreibt, oder aber sie haben die Inquisition zwar übernommen, aber haben die in Spanien den Dominikanern weiterhin überlassen. Das ist auch eine mir eher annehmbare Möglichkeit. Die spanische Inquisition war ja immer eine abgetrennte von der anderen Inquisition, also zum Beispiel von der in Frankreich, in Deutschland und in anderen Ländern, wo die Inquisition ja auch überall war, dass die Jesuiten zwar dort überall die Inquisition übernommen haben, aber nicht in Spanien. Ansonsten macht der Satz hier für mich keinen Sinn, weil ich da dem Tapasorci glaube und außerdem sehen wir ja auch die letzten Jahrhunderte durch, dass die Inquisition absolut mit den Jesuiten verwandt ist. Aber hier haben anscheinend die Dominikaner in Spanien wohl immer noch die Überhand gehabt, zumindest zu der Zeit. Ob das auch später? Ich denke, die Dominikaner werden letzten Endes sich dessen bewusst gewesen sein, dass nach der päkstischen Bulle Regimenis Militantis Ekklesia die Jesuiten letzten Endes zu einem dominanten Orden da heranwachsen und vermutlich war das so quasi so Konkurrenz vor der eigenen Haustür. Könnte ich mir eher vorstellen, dass es vielleicht so gemeint ist. Naja, es ist natürlich so, dass die anderen Jesuiten Orden, dass die anderen kirchlichen Mönchsorden, Dominikaner, Franziskaner, Augustiner, wie sie auch immer heißen mögen, die haben natürlich alle Probleme gehabt mit den Jesuiten, weil die Jesuiten bevorzugt sind. Und weil die Jesuiten ja eben auch ein ganz anderer Orden sind. Sie sind ja kein Klostermönchsorden, sondern sie sind ja eine Militärgesellschaft, die außerhalb der Kirche lebt und agiert. In der Hinsicht haben die anderen immer damit Probleme gehabt. Das ist ja gar nicht mal der Punkt. Da hast du zwar vollkommen recht, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, dass sie hier im Grunde mit der Inquisition zusammenstoßen, so wie der Autor das hier schreibt. Und weil die Dominikaner mit ihrer Inquisition, der Inquisition der Dominikaner, sich ihnen mit Macht entgegenstemmten. Und das würde ja heißen, dass sie den Jesuiten gegenarbeiten. Und das kann ja nur so lange gut gehen, wie die Jesuiten dann beim Papst anfangen zu jammern und sagen von, hey Papst, das geht aber nicht, weil wir haben ja einmal noch die höhere Autorität. Und dann wird der Papst sie in die Schranken weisen. Wir wissen ja auch noch von der anderen Bulle, in Jungtum Nobis, die 1543 von Papst Paul III. initiiert wurde. Die den Jesuiten völlige carte blanche, also Handlungsfreiheit gab, dass das ja auch von daher nicht logisch wäre. Deswegen verstehe ich diesen Satz von dem Autoren her nicht. Außer, wenn ich sage, Spanien wurde von der Inquisitionsübernahme der Jesuiten ausgenommen. Und da waren die beide, wie du sagtest, im Grunde dann konkurrierende Orden. Und das würde sich dann so erklären. Ja, aber dann halt nur auf Spanien bezogen. Man weiß es nicht genau. Es fehlt ja auch eine Fußnote da. Also wir wissen ja nicht, worauf der Herr Griesinger da seine Vermutung oder seine Aussage da stützt. Richtig. Aber deswegen möchte ich ja nur den Lesern gerne deutlich machen, weil ich ja diese Dinge auch aus anderen Büchern bereits studiert habe, wie Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen, was ich gerade eingeholt hatte, dass ich eben auch eine andere Brunnen habe als nur Griesinger, dass ich sage, von hier ist ein Konflikt in der Aussage und ich kann mir das nur auf die und die Art und Weise erklären. Ich sage ja jetzt auch nicht, ich sage hier die Wahrheit, meine Worte sind ein Stein gemeißelt. Nee, ich sage, das ist meine Vermutung. Ich kann das nur so verstehen aus diesen verschiedenen Quellen, die ich kenne. Das war der Punkt, den ich kurz machen wollte. Aber danke für deine Hilfe der Erklärung hierbei, Michael. War zumindest nur mein Verständnis, so wie ich es verstanden habe, so wie wenn ich das Buch selber gelesen hätte, hätte ich da gedacht, naja, gut, klar, Konkurrenz ist dann, die sind dann halt eifersüchtig. Ja, eifersüchtig werden sie wohl sein, ja. Nun, der Autor fährt fort und sagt, freilich herrschten aber auch von Philipp II. an bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts Könige über Spanien, deren Geist vom Bigottismus vollständig übernachtet war. Und wenn vielleicht Philipp V. trotz des Einflusses seiner zwar lebenslustigen und aufgeweckten, aber auch sehr frommen und sogar fast bigotten Gemahlin der Königin Elisabeth, einer geborenen Prinzessin von Parma, hiervon eine partielle Ausnahme machte, so wurde dieser Lichtpunkt anno 1746 mit dem Regierungsantritt Ferdinands VI. des Sohnes Philipps und Elisabeths sogleich wieder ausgelöscht. Er, der gemütskranke Mann nämlich, hatte so wenig geistige Kraft, dass er nicht imstande war, sich über die Einflüsterungen seines Beichtvaters, eines Dominikaners, nicht eines Jesuiten, da hat man natürlich dann auch wieder einen Interessenkonflikt zu erheben. Und höchstens wurde dieser Einfluss hier und da durch die Macht, welche seine Mutter über ihn ausübte, paralysiert. Ja, ich habe dann hier noch mal kurz eine Note genommen bei dem Wort Bigotismus, Bigoterie. Das Wort hat leider verschiedene Bedeutungen. Ich wollte da mal kurz darauf eingehen, dass wir eben verstehen, über was sprechen wir, wenn wir Bigotismus lesen. Bigotismus ist eigentlich mit Frömmigkeit gemeint, ja, also dass jemand sehr fromm ist, gegenüber, also auch sehr zugetan seiner Religion gegen. Heißt aber im gleichen Sinne eben auch mit Frömmigkeit sehr eingeengte, sehr engstirnige Religiosität, ja, oder religiöse Engstirnigkeit, aber es hat dann auch mit einer negativen Konnotation ein Fanatismus als Bedeutung. Und als Fanatismus wird es hauptsächlich dann gebraucht, wenn man jemandem vorwirft, oh, du bist aber ein katholischer Bigot. Dann meint man, dass man fanatisch gegen den Katholizismus herzieht. Und ich weiß das daher, weil Tom Fress von Inquisition Update in Amerika, der ja da arbeitet, des Öfteren des Bigotismus angeklagt wird. Nach dem Motto, er hetzt gegen die römisch-katholische Kirche. Das kann sein, dass das bei einigen Leuten so rüberkommt. Das Einzige, was Tom Fress macht und was ich auch mache, ist, wir legen die Fakten über diese Kirche klar und unverblümt auf den Tisch. Und wenn ein Fakt sagt, dass das schwarz ist, ist das schwarz, weil wir sind keine Jesuiten, die schwarz für weiß und weiß für schwarz sehen. Das kann dann als Bigotterie ausgelegt sein, hat also da die negative Konnotation des Fanatismus, heißt aber normalerweise eine sehr starke Frömmigkeit oder eine sehr starke religiöse Engstirnigkeit, um nur eben dieses Wort zu erklären. Weil wir lesen ja hier in diesem Satz, der jetzt kommt hier, also er, der gemütskranke Mann nämlich, nehmen wir nochmal eben den letzten Satz vor, hatte so wenig geistige Kraft, dass er nicht imstande war, sich über die Einflüsterungen seines Beichtvaters, eines Dominikaners, zu erheben. Und höchstens wurde dieser Einfluss hier und da durch die Macht, welche seine Mutter über ihn aussiebte, paralysiert. Diese Königin Mutter aber, ha, nun sie war wegen ihres Bigotismus gegen das Ende ihres Lebens immer mehr in die Hände der Jesuiten gefallen, also das ist dann hier religiöse Engstirnigkeit, und somit konnte es sich bei fast allen Regierungsmaßregeln nur darum handeln, ob dieselben von den Dominikanern oder den Mitgliedern des Ordens Jesu diktiert seien. Eben aber kam es auch, dass die hochverräterische Handlungsweise der Söhne de Jolas in Paraguay, von welcher die Krone Spanien ja ebenso gut getroffen wurde, als die Krone Portugal, an dem spanischen Hofe keineswegs so bitterböses Blut machte, als an dem portugiesischen, sondern dass man sich vielmehr dort nur allzu geneigt zeigte, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Ja, der halb blödsinnige König ließ sich sogar überreden, den Einflüsterungen der Herren Patres, der Marquis der Validirus, welcher wir vorhin gesehen haben bei der bewussten paraguayischen Grenzregulierung als spanischer Kommissär und General fungierte, sei ein Feind des Ordens Jesu und wolle diese so ganz und gar unschuldige Gesellschaft durch Lüge und Verleumdung zugrunde richten. Diesen Einflüsterungen wollte der blödsinnige König gerne Glauben schenken und sandte anno 1757 den Don Pedro Cavaliglios, einen den Jesuiten durch und durch ergebenen Mann, nach seinen südamerikanischen Kolonien, um das jesuitische Treiben da selbst einer nochmaligen Prüfung zu unterwerfen. Was dieser nun berichtete, kann man sich denken. Und der Erfolg war das, obwohl der Minister des Königs, der Herzog von Alba, das Memoir des Cavaliglios für das ansah, was es war, nämlich für einen zugunsten der Sünde Loyolas geschriebenen Roman, der spanische Regent nie dazu gebracht werden konnte, eine genaue und wahrhafte Untersuchung über den jesuitischen Aufruhr in Paraguay anstellen zu lassen. Also genau das ist passiert, was sie immer wollten und immer gehofft hatten, dass ihnen da keiner auf die Schliche kommt. Demgemäß wurden auch die Söhne Loyolas in Spanien, solange Ferdinand VI. lebte, wegen ihrer über dem Meere begangenen Verbrechen nicht zur Strafe gezogen, sondern sie feierten vielmehr da selbst Triumphe, während sie im nahen Portugal in harte Gefängnisse geworfen oder sogar aus dem Lande transportiert wurden. Noch glorreicher entfalteten sie ihre Fahne, als nach dem Tode Ferdinands, dessen Mutter Elisabeth auf so lange die Zügel der Regierung übernahm, bis ihr zweiter Sohn, die Ehe ihres erstgeborenen, des soeben verstorbenen Ferdinands VI., mit der portugiesischen Prinzessin Anna Barbara, war kinderlos geblieben und über dem starb die Letztere sogar noch vor ihrem Gemahl, der nachherige König Karl III., welcher seither über Neapel und Sizilien geherrscht hatte, in Madrid ankam, denn Elisabeth tat alles, was ihre geliebten Patris nur immer von ihr haben wollten. Ja, sie ging sogar so weit, dass sie die unter Pombal in Portugal erschienenen Schriften, in denen die Söhne Loyolas der Rebellion gegen die spanische sowie die portugiesische Krone in Südamerika überwiesen wurden, also überführt wurden, in Madrid öffentlich durch den Henker verbrennen ließ und über dem musste auf ihrem ausdrücklichen Befehl die heilige Inquisition der Sozietät Jesu ein förmliches Belobungsdekret ausfertigen. Hier haben wir dann also jetzt das Kniebeugen der Dominikaner vor der Sozietät Jesu. Zum großen Unglück für die besagte Sozietät dauerte jedoch das Regiment ihrer hohen Beschützerin nicht einmal ein ganzes Jahr, indem Karl III. bereits zu Anfang 1760 Besitz von seinem neu geerbten Throne nahm. Und dieser Fürst ließ leider gleich von Anfang an durchschauen, dass er keineswegs gesonnen sei, in die Fußstapfen seines Bruders Ferdinand oder gar seiner Mutter Elisabeth zu treten. Sein Freund war ja der aufgeklärte Marquis von Montalegre und mit ihm zusammen hatte er oh, der schrecklichen Gräuels, die verruchten Monita ad Principis mit anderen Worten Monita Secreta von denen im fünften Buch bereits die Rede gewesen mit höchsteigenen Augen gelesen. Er kannte also die geheimen Instruktionen der Jesuiten. Über dem besaß er nicht in dem Franziskaner Joachim Elela, Bischof von Osmar, einen erwiesenen Jesuitenfeind zum Beichtvater und entschied er nicht gleich bei Beginn seiner Regierung in dem großen Zehntstreite des Domkapitels der Metropolitankirchen von Mexiko und Puebla de los Angelos mit dem Zehnt verweigernden Orden Jesu gegen den Letzteren? Haha, gewiss, von einem solchen Regenten konnten sich die Söhne Loyolas unmöglich etwas Gutes versprechen. Und sie haben daher auch der Zukunft mit sehr bangen, sie sahen daher auch der Zukunft mit sehr bangen Gesichtern entgegen. Zwar allerdings, offenkundige Maßregeln gegen sie wurden für die erste Zeit keine ergriffen, sondern man ließ sie vielmehr ganz ruhig wie bisher gewähren und sie durften predigen, sie durften dozieren, also lehren, und Beichte hören, letzteres sogar bei Hofe, gerade wie unter der Königin Mutter. Dagegen aber konnten sie sich nicht verhehlen, dass ihr ganzes Tun und Treiben allenthalben mit scharfen Augen beobachtet würde und eben dieses offenbar von oben herab angeordnete Beobachten genierte sie weit mehr, als wenn offen zum Sturm gegen sie geblasen worden wäre. Suchte man vielleicht in der Stille Beweise gegen sie, um ihnen dann in Spanien ebenso zu Leibe zu gehen, wie in Portugal bereits geschehen war? Nun, fast schien es so, denn in der ganzen Umgebung des Königs befand sich kein Jesuite oder auch nur ein Jesuitenfreund, den einzigen Pater Bramieri, den Beichtvater der Königin Mutter, ausgenommen. Umso größer erschien die Zahl der Jesuitenfeinde, wenn man nämlich die sogenannten Aufgeklärten zu solchen rechnen darf, denn der König scheute sich nicht schon 1762 einem Pedro Rodrigues, Grafen von Campo Manes, der doch im Ruf der Ketzerei stand, das wichtige Amt eines Fiskal des Hohen Rats von Kastilien anzuvertrauen. Und der Minister Gregory Marquis de Equilence nebst noch so vielen anderen Hochbediensteten gehörte ganz gewiss auch nicht zu den Strenggläubigen, also Ultramontanen. Kurz, mit jedem Moment fing es den Söhnen Loyolas am Hofe zu Madrid an, ungeheuerlicher zu werden. Und als sie vollends gar mit Bestimmtheit erfuhren, dass der Bischof Roras, ein anderer vertrauter Karls des Dritten in einer gewählten Gesellschaft das Verfahren Pombals gegen den Orden Jesu mit unumwundenen Worten gebilligt habe, da blieb ihnen über das, was man gegen sie im Schilde führte, kein Zweifel mehr übrig. Allein? Wie helfen? Was kann man machen? Nun, über dieses Wie kamen sie bald mit sich ins Reine. Und zwar umso leichter, als sie keine Ursache hatten, dem Könige allzu viel Kühnheit und Kraft zuzutrauen. Zu Ende der Fastwoche des Jahres 1766 bemerkte man unter dem gemeinen Volke zu Madrid eine ganz eigentümliche Bewegung und nicht selten kam es abends zu kleinen Ruhestörungen. Nicht minder fiel auf, dass die Söhne Loyolas sich in jenen Tagen besondere Mühe gaben, Arbeiter und Bedienstete aller Art, sowie sogar Leute ganz verdächtigen Rufs wie Diebe und dergleichen mehr in die von ihnen gestifteten Kongregationen zu locken. Und man sah sie selbst die Gefängnisse besuchen und mit den da selbst Verhafteten die geistlichen Exerzitien vorzunehmen. Nun, was ist das für eine Aktion, die die Jesuiten hier machen? Das versteht man sehr gut, wenn man meiner Buchlesung folgt, die ich ja jetzt inzwischen schon wieder aufgenommen habe, endlich zu veröffentlichen von Henry Charles Lear über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Bereits damals, um Soldaten für den Kreuzzug zu bekommen, hat man vor allem Gauner, Diebe, Vergewaltiger, Mörder, Sodomiten aus dem Gefängnis geholt, hat ihnen Absolution erteilt, wenn sie an den Kreuzzügen teilnehmen würden. Und natürlich, stell dir vor, du sitzt im Gefängnis wegen Mord oder einer ähnlich schweren Tat, wenn sie nicht gerade mit der Todesstrafe damals geahndet wurde und kriegst auf einmal die Möglichkeit, in den Krieg zu ziehen, also mehr Leute zu töten, was du ja sowieso gerne tust, deswegen sitzt du ja im Knast an der ersten Stelle und dann kriegst du das Angebot, halt aus dem Knast zu gehen, dich in den Krieg zu begeben, dich bereichern zu können und du kriegst auch noch von der einigen wahren Kirche, der Unam Sanctam römisch-katholischen Kirche, eine Generalabsolution über alle deine Sünden in der Vergangenheit erlassen und kommst dann noch erfolgreich zurück und kriegst dann noch Ländereien und Titel geschenkt. So ist nämlich der Adel in Europa entstanden, dass wir da eben ganz deutlich über sind. Das, was wir heute Adel nennen, das sind alles Leute, die dem Antichristen in Kriegsdiensten gedient haben und als Lohn dafür, als sie zurückkamen, Ländereien und Titel geschenkt bekamen. Das, meine Lieben, ist die zwischen Anführungszeichen Royalty, das sind die zwischen Anführungszeichen VIPs, die ihr euch im Fernsehen anguckt und ganz toll, der heiratet mit dem und der kriegt gar ein Kind und so weiter, das sind die, das sind die größten Gauner und Verbrecher, die jemals unter der Sonne dieser Erde rumgelaufen sind. Und genau da hakt der Griesinger hier drauf ein, wenn er nämlich sagt, dass die Jesuiten zu der Zeit sich Leute, Entschuldigung, Leute verdächtigen Rufs wie Diebe und dergleichen mehr in die von ihnen gestifteten Kongregationen lockten und man sah sie selbst die Gefängnisse besuchen, um mit denen da selbst verhafteten die geistlichen Exerzitien vorzunehmen, das heißt, um sie auf ihre Seite rüberzuziehen, um dafür zu sorgen, dass sie in den Orden kommen und dass sie dann die Aufgaben des Ordens übernehmen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, was im 10., 11., 12., 13. Jahrhundert funktioniert hat, das funktioniert genauso gut im 17., 18., 19., 20. und ja, auch im 21. Jahrhundert, in dem wir leben. Die römisch-katholische Kirche ist Semperi Adem und der Zweck heiligt die Mittel und die Jesuiten schrecken von nichts zurück, um ihr Ziel zu erreichen. Da gibt es übrigens eine ähnliche Geschichte, ich kann jetzt aber keine Quelle zu nennen, bezüglich dem Zweiten Weltkrieges und dem D-Day, also der Landung der Alliierten in der Normandie, dass da tatsächlich dann auch Rekruten oder Leute rekrutiert wurden aus Gefängnissen, die man dann eh nicht so als wertvoll erachtete, die hat man dann wohl in die vollerste Linie geschickt. wenn man das Buch Vatican Assassins Wounded in the House of My Friends von Eric John Phelps liest, dann liest man vor allen Dingen darin, dass ausgewählte Divisionen da angeschifft wurden an der Küste der Normandie, die hauptsächlich zusammengestellt waren aus Soldaten, die auf ihrem Dogtag, also ihrer Hundemarke, man kennt ja diese Marke, die man als Soldat um den Hals trägt, damals war da noch die Religionszugehörigkeit eingetragen, dass es hauptsächlich Protestanten waren, die man dafür ausgewählt hat. Ich weiß das von Eric John Phelps, aber das war schon weit vor, bevor ich dessen Dunstkreis da betreten hat, also es ist dann wohl schon des Öfteren schon mal durchgesickert, dass dann halt da die Leute quasi, ja eben nicht die wertvollen Leute und die guten Leute dafür verbraucht worden sind, sondern halt die als Kanonenfutter sozusagen dahin geschickt wurden. Ja, es steht in seinem Buch, Vatican Assassins. Ich habe das da nicht drin gelesen, ich habe mir das von Tom erzählen lassen, dass es da drinsteht. Tom hat einen Großteil des Buchs gelesen, ich nicht. Ich habe es zwar hier auf meinem Computer, es ist ein wunderbarer Brunnen für Referenzen, wenn man irgendwas nachschlagen will, aber ich habe es selbst nicht gelesen, das Buch, aber das steht da wohl drin. Eric John Phelps spricht da auch in seinen Sendungen öfter mal drüber. Und es ist halt nichts verändert, es ist zempre adem, es ist damals wie heute, es ist dasselbe und darum meine lieben Geschwister, ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir die wahre Geschichte verstehen, denn nur dann können wir verstehen, was heute überhaupt passiert. Wir laufen ja wie die blinden Lemminge in den nächsten Abgrund, weil wir die Geschichte nicht kennen. Und die meisten Leute sitzen da und sagen, ja, 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 der Sieger schreibt immer die Geschichte, ne, he, und dann lachen sie und dann kümmern sie sich nicht mal drum, die richtige Geschichte raus zu suchen. Und Lesungen wie diese, Lesungen wie mit diesem Buch sollen eben dafür sorgen, dass ihr die richtige Geschichte lernen könnt, dass ihr den richtigen Eindruck davon habt, was ist damals geschehen und warum ist das geschehen. Wir müssen unbedingt diese Verknüpfung legen, dass wir die Verknüpfung zwischen Politik auf der einen und Religion auf der anderen Seite machen. Politik ist von Anfang an 100% reiner, purer Jesuitismus. Schreibt euch das mal hinter die Ohren. Alles, was mit Politik zu tun hat, ist Jesuitismus. Und was kann man dann als bibelgläubiger Christ da eigentlich nur mit machen? Raus! Verwerfen! Nichts, aber auch 0,0 mit der Politik zu tun zu haben. Und sich immer Offenbarung Kapitel 17 Vers 2 in den Kopf rufen. Die Könige der Welt haben Unzucht getrieben mit der Ruhe in Babylon und die Menschen auf dieser Welt sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. So, bitte Michael. Ja, ich bin unter anderem immer noch Mitglied in einem mittelmäßig bekannten, aber eigentlich hochgeschätzten Politikforum und da betätige ich mich jetzt schon seit langem nicht mehr, weil es einfach keinen Sinn hat, weil die Leute tatsächlich mit ihren Scheuklappen da rumlaufen. Ganz interessant ist aber der Trend, dass da mittlerweile Leute gibt, die da wohl anscheinend Insiderwissen haben und ganz genau Bescheid wissen, was sind denn in den Kulissen läuft und die sind dann quasi ganz hoch angesehen, weil die sind ja immer so unheimlich ausführlich und die sind so detailliert und man wartet gespannt auf die nächste Vorhersage und dieses und jenes und du kannst so daran riechen, dass das alles Disinformationsagenten sind, die dann auch hingehen und sagen, ja, die vatikanische Agenda wäre gescheitert in der EU, die Transatlantiker wären auf dem Rückzug und was da alles propagiert wird, also du kannst da so dran riechen und weißt genau, aus welcher Richtung das kommt und das ist das, wo die Leute, glaube ich, gar nicht mit rechnen, dass ganz, ganz viele Informationsagenten oder Disinformationsagenten auch im Internet rumschwirren, unter anderem auch auf YouTube, unter anderem auch in den Kommentaren, das muss man sich eigentlich auch mal verdeutlichen. Gerade auf YouTube gibt es unglaublich viele bezahlte YouTube-Trolle, die auf bestimmte Kanäle gehen und bestimmte Kommentare verfassen, nur um Unruhe zu stiften. Da habe ich schon einige auf meinem Kanal gehabt und ich fürchte, dass du auch in der letzten Zeit da einige Erfahrungen mit hast, die du hast mitmachen müssen. Wir haben ja über den einen Englischen da zum Beispiel drüber noch diskutiert, dass ich dann sagte von ja, lass doch die Kanalsektion, also die Kommentarsektion deines Kanals auf und du sagst ja, ich habe keine Zeit, mich mit den Trollen zu beschäftigen. Ich habe auch keine Zeit, mich mit den Trollen zu beschäftigen, aber im Gegensatz zu dir habe ich ein bisschen mehr Abonnementen und will ich meinen Abonnementen auch gerne die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern, ob ich sie jetzt gerne habe oder nicht. Und ich gehe dann auch nur auf die Wichtigsten ein. Ich kann auch nicht jeden Kommentar beantworten. Das kannst du schon gar nicht, sicher nicht mit dem Stress, den du im Augenblick hast, aber das Problem ist, das Problem ist, dass man eben oftmals auch in die Versuchung kommt, die Trolle zu füttern. Diese kontrollierte Opposition gibt es. Die gibt es auf YouTube, die gibt es überall im Internet. Ja, sag mal. Es war einfach so, wenn ich die Menschen oder wenn ich die Kommentanten oder die Leute, die Kommentare hinterlassen, nicht vernünftig betreuen kann, dann lasse ich es erst ganz sein. Also ich mache die Dinge nicht halbherzig. Ich kann jetzt nicht jemanden, der vielleicht eine dringende Frage hat und irgendwo einen Kommentar in einem Video gepostet hat, der wartet dann nachher Wochen lang auf eine Antwort, finde ich dann auch wieder blöd. Deswegen habe ich dann auf vielen Videos eben gar keine Kommentare zugelassen, denn man könnte sie ja auch, weil die eh noch gespiegelt sind, ja auch auf deinem Hauptkanal stellen. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass du in die Beschreibungsbox deines Videos mit rein tust, dass du aufgrund bestimmter Umstände nicht die Möglichkeit hast, die Kommentarsektion zu öffnen, aber dass du jedem André, wenn er Fragen über dieses Video hat, wenn das jetzt ein Video von mir oder von uns, wie in diesem Fall hier zum Beispiel ist, ist, dass sie mich dann eben kontaktieren. Da bin ich ja gerne bereit zu. Das können sie auch machen. Aber lass uns mal fortfahren mit der Lesung. Und wir schaffen wahrscheinlich doch nicht das ganze Kapitel, wie wir uns das vorgenommen haben. Oh, so nur zehn Seiten. Schauen wir doch locker. Ja, bevor wir angefangen haben zu kommentieren. Aber ich finde das einen furchtbar wichtigen Punkt. Ich finde das einen so wichtigen Punkt, dass ich diesen Satz eben nochmal lese. Und zwar nicht nur lese, sondern ich werde ihn auch gleich eben mal farblich hinterlegen, dass wir uns das bitte gut einprägen, was die Jesuiten hier für eine Politik betreiben. Nicht minder viel auf, sagt der Autor, dass die Söhne Loyola sich in jenen Tagen, und nicht nur in jenen Tagen, sondern heute immer noch, besondere Mühe gaben, Arbeiter und Bediente aller Art, sowie sogar Leute ganz verdächtigen Rufs, wie Diebe und dergleichen mehr, in die von ihnen gestifteten Kongregationen zu locken. Und man sah sie selbst die Gefängnisse besuchen, um mit den selbst Verhafteten die geistlichen Exerzitien vorzunehmen. Unmöglich konnten sie damit etwas anderes bezwecken, als einen recht großen Einfluss auf die geringen Klassen der Einwohnerschaft Madrids zu bekommen. Und in der Tat mehrte sich auch dieser Einfluss, wie sie sich zur Genüge überzeugen konnten, mit jedem Tage um ein Beträchtliches. Mit anderen Worten, meine lieben Brüder und Schwestern, das heißt doch nichts anderes als, geht zu den Leuten, die ein einfaches Gemüt haben, ja, geht zu den Einfältigen, geht zu dem John Doe, dem Otto-Normalverbraucher auf der Straße, der sich um nichts besonders kümmert, und gibt dem eine Gehirnwäsche, und er wird hinter dir herlaufen, wie ein Esel, der Karotte hinterher hält, die du ihm auf der Stange hältst, wenn du auf seinem Rücken sitzt, um ihn voranzutreiben. Ganz genau das wird hiermit beabsichtigt. Und es ist wunderbar, dass ich gerade in diesem Kapitel 9 von Herrscher des Bösen auch stecke, wo ich genau um ähnliche Dinge am Sprechen bin. Ja, man erkennt das immer und überall wieder. Nimm den Mob, ja, nimm das normale Volk, das vulgäre Volk, wie sie sagen, ja, vulgär hat ja bei uns heute eine negative Konnotation, die ich ja noch gar nicht mal berücksichtige, sondern nimm einfach, genau wie die Bibelversion, die Vulgata, ja auch eben die in der Sprache des einfachen Volkes war, nimm das einfache Volk und hirnwasche es auf die Art und Weise, mit Hilfe der geistlichen Exerzitien, dass sie dir aus der Hand fressen. Aber von welchen geistlichen Exerzitien spreche ich denn heutzutage? Ich rede jetzt nicht von der Zeit hier im 18. Jahrhundert, wo der Griesinger sein Buch schreibt. Nein, nein, ich spreche jetzt von der heutigen Zeit. Und von der heutigen Zeit, die geistigen Exerzitien, die gegründet sind durch das Jesuitentheater, wo Shakespeare der Erste war, der damit auf die Bühne gegangen ist, auf große Art und Weise. Und das ist genau das, was in Herrscher des Bösen Kapitel 9 steht. Hört euch das dann an, wenn die Lesung kommt. Dieses Jesuitentheater und dann noch in Zusammenarbeit mit dem Ratio Studiorum, heutzutage mit der Laterna Magica, wie man die Ursprünge der Kamera nannte, die von Kino erfunden wurde, mit Hilfe des Fernsehers, mit Hilfe von Hollywood oder anderen Spielfilmen, zwischen Anführungszeichen Unterhaltungsfilmen oder Unterhaltung in der Unterhaltungsindustrie allgemein, Filme, Serien, Computerspiele und, und, damit Hirn wasche ich den einfachen Mann und bringe ihn von der Bibel weg und bringe ihn in Satans Hände. Genau das ist die Aufgabe der Jesuiten. Genau das haben die Jesuiten hier im 18. Jahrhundert in Spanien mit ihrer Aktion bezweckt. Sonderbar aber fährt Theodor Griesinger fort. In demselben Verhältnisse, in welchem ihr Einfluss stieg, wehrten sich auch die Zusammenrottungen des Pöbels und die Regierung, respektive die Polizei von Madrid hatte trotz der requirierten Militärmacht oft Mühe, die Leute auseinanderzutreiben. Endlich in der Nacht des 23. März brach ein allgemeiner Aufstand aus und es sammelten sich in allen Quartieren der Stadt große Haufen, welche sich unter wildem Geschrei und indem sie in einzelne Häuser eindrangen, um zu plündern, den königlichen Palaste zu wälzten. Sie führten Steine und Knüppel, also Knüppel, nicht wenige auch Waffen bei sich. Und wie sie vor dem geschlossenen Tore der Residenz ankamen, fingen sie an, dasselbe zu bombardieren. Zugleich schrien sie wie wahnsinnig. Nieder mit Gregory, es lebe Ensenada, heraus mit dem Schuft von Beichtvater, es leben die heiligen Väter vom Orden Jesu. Offenbar also hatten sie einen politischen Zweck und zwar keinen anderen als den der Veränderung des Regiments zugunsten der Söhne Loyolas, denn Ensenada war einer wegen seiner Jesuiten Freundlichkeit entlassener, früherer Minister, während der Beichtvater des Königs und sein Minister Gregory als Jesuitenfeinde bekannt war. Nun bot man zwar sofort die ganze verfügbare königliche Truppenmacht auf, um die Aufrührer zu zerstreuen, allein vergebens. Die Truppen waren zu schwach, die Volkshaufen zu stark und man musste fürchten, dass ganz Madrid in Flammen aufgehe, wenn man einen ernstlichen Widerstand versuchte. So zog es Karl der Dritte vor, nach Aranjuez zu entfliehen und dahin folgte ihm der ganze Hof, so wie er sonst Ursache hatte, zu glauben, dass die Rache des Pöbels sich auch auf ihn erstrecken könnte. Man drang sofort in den König, die Verhassten unter seinen bisherigen Beratern zu entfernen, um die empörte Hauptstadt zu beschwichtigen. Und Karl der Dritte sah auch sogleich ein, dass er hierin nachgeben müsse. Er entließ also den bisherigen Minister Gregory nebst dem Bischof Roras und berief dagegen den Grafen von Aranda, den Generalstadthalter von Valencia, um ein neues Ministerium zu bilden. Er tat dies aber nicht etwa deswegen, weil Aranda ein Jesuitenfreund gewesen wäre. Nein, sondern weil er denselben als einen ebenso energischen und festen, als klugen und gebildeten Mann kannte, von dem man zum Voraus überzeugt sein konnte, dass er das Ruder des Staates mit außerordentlicher Kraft führen werde. Das erste, was nun der neue Minister vornahm war, dass er sich sofort mit lauter Männern ähnlichen Charakters, wie zum Beispiel den Grafen von Pilo, Don Pablo Olavides, umgab und das zweite, dass er die Hauptstadt Madrid, welche schon über die Entlassung Gregorys und Roras jubelte, durch die Verkündigung einer allgemeinen Amnestie vollends zur Ruhe brachte. Allgemeine Amnestie, das klingt gut, um einen Aufstand zu beschwichtigen. So ganz und durchaus allgemein war aber die Amnestie nicht gemeint, sondern man nahm die Häupter und Anstifter des Aufruhrs davon aus und ernannte sofort zur Ausfindigmachung derselben ein eigenes Untersuchungsgericht, dessen Präsidium Aranda selbst übernahm. Es wurden nun eine Menge von Zeugen verhört, und zwar teils bloße Zuschauer, teils solche, welche an der Empörung selbst teilgenommen hatten. Auch wandte man nie die Folter an, um die Wahrheit zu erpressen, sondern begnügte sich mit den freiwillig gegebenden Aussagen und Antworten. Was kam denn nun dabei bitteschön heraus? Siehe da, nichts anderes, als dass die Hauptanstifter des Aufruhrs außer dem Marquis von Valde Flores, einem von wilden Rachegefühlen entflammten Mann, die drei Jesuitenpatres Isidor Lopez, Michael Benavanente und Ignaz González gewesen seien. Dieses war strikte durch die bestimmtesten Aussagen von zum Teil hochachtbaren Männern, wie zum Beispiel Don Silvester Palamares, Benedito Navarro, Juan Barrakan und andere erwiesen. Und ebenso wusste man, dass noch verschiedene andere Jesuiten, obwohl in guter Verkleidung, in jener Empörungsnacht, mitten in den dichtesten Volkshaufen gestanden waren, die Leute anfeuernd und ermutigend. Das war eine schlimme Entdeckung für die guten Patres. Tja, sogar eine fast mehr als schlimme, indem der Verdacht näher und näher trat, dass es sich bei jenem Aufruhr nicht bloß um die Entfernung einiger verhasster Minister, sondern vielmehr um etwas weit Wichtigeres, das ist, um die Entfernung des Königs selbst gehandelt habe. Dem Orden Jesu sollte gründlich nicht bloß vorübergehend geholfen werden und das konnte nur geschehen, wenn der Monarch, der einmal gegen den Orden eingenommen war, für immer beseitigt wurde. Wenn man ihm zwang, zugunsten seines jüngeren Bruders, des Infanten, also Kindlichen, Don Ludwig, eines für die Jesuiten fast schwärmenden Prinzen abzudanken. Muss man eben kurz das Bild hier verändern. Solche Pläne hatten die Söhne Loyolas, wie sich im Verlauf der Untersuchung immer mehr herausstellte, im Kopf. Und war es nun unter solchen Umständen ein Wunder, wenn einige Mitglieder des Staatsrats sich mit Beziehung auf diesen jesuitischen Hochverrat in Gegenwart des Monarchen dahin verlauten ließen, dass man nur dann auf Ruhe und Sicherheit im Staat rechnen dürfe, wenn man alle Jesuiten aus Spanien entferne? Ein förmlicher, dahin zielender Antrag wurde allerdings niemals gestellt. Und noch viel weniger fasste man einen Beschluss darüber. Aber man erörterte die Sache doch so gründlich, dass der Monarch selbst anfing von der Überzeugung, die Austreibung der Söhne Loyolas sei das einzige Radikalmittel, das helfen könne, durchdrungen zu werden. Umso energischer trat dagegen seine Mutter Elisabeth, sobald sie von der Angelegenheit flüstern hörte, für die Sozietät Jesu in die Schranken und ihre außerordentlichen Überredungskraft gelang es auch wirklich, den Sohn wieder wankend zu machen. Ja, es glückte sogar demselben einiges Misstrauen in die Männer, denen er gegenwärtig sein Vertrauen schenkte, also in Aranda, Compomanes, Olavides, Dovsun, Alba, Florida, Blanca, so wie sie sonst hießen, einzupflanzen. Und fast schien es, als ob das Licht, welches im Begriffe war, über Spanien hereinzubrechen, für immer wieder erlöschen sollte. Doch siehe da, noch während die Untersuchung über den Aufruf fortdauerte, starb die alte Königin Mutter, so dass also von ihrem Einfluss von nun an nichts mehr zu befürchten war. Und fast zur gleichen Zeit wurde eine Entdeckung gemacht, durch welche die Unmöglichkeit die Söhne Loyolas noch länger in Spanien existieren zu lassen, für Karl III. vollkommen klar wurde. Also mit anderen Worten, die Vorsehung und die Hand Gottes hat dafür gesorgt, dass das Licht nicht ausgeht, sondern dass es anfängt, richtig zu brennen. Es glückte nämlich der Wachsamkeit des Grafen von Aranda, einen Eilboten abzufangen, der einen von dem Ordensgeneral Riqui, wir sprechen über Lorenzo Riqui, an den Provinzial von Toledo gerichtetes Schreiben bei sich trug. Und in diesem Schreiben wurde der Plan, den regierenden König unter dem Vorwand, dass er ein Bastard sei, vom Throne zu stoßen und dafür den Infanten Ludwig darauf zu erheben, ganz offen erörtert. Das schreit nach Hochverrat. Weiter fand man bei dem Generalprokurator der Jesuiten in Madrid bei einer vorgenommenen Haussuchung eine gedruckte Schrift, in welcher dasselbe Thema abgehandelt und namentlich der Beweis zu liefern gesucht wurde, Karl III. sei kein Sohn seines nominellen Vaters Philipps V., sondern vielmehr die Frucht eines Liebesverständnisses, also Liebesverhältnisses, welches die soeben verstorbene Königin Elisabeth mit dem Kardinal Aberoni gepflegt habe. Natürlich, solche Dinge kann man ganz leicht in die grüchte Küche reinstellen, jetzt wo die Königin aus dem Weg ist. Endlich verhaftete man zwei Jesuiten, die von Madrid nach Rom reisen wollten, hart an der französischen Grenze und fand, als man ihre Mantelsäcke untersuchte, ein an den Ordensgeneral Lorenzo Ricci adressiertes Paket, welches zwei Exemplare der obigen hochverräterischen Schrift enthielt. Nun besaß man wahrhaftig der Beweise über genug, auf was es die Söhne Riolas abgesehen hatten. Und wer wird es nun nicht begreifen, dass bei diesem Stand der Dinge den König Karl gar nichts anderes mehr übrig blieb, als der Sozietät Jesu zu Leibe zu gehen. Seine Krone, seine Ehre, die Ehre seiner Mutter, derselben Mutter, welche den Jesuiten so unendlich viel Wohltaten erwiesen hatte und die nun im Grabe den Dank dafür erntete, stand auf dem Spiel. Es musste gehandelt, es musste gestraft und zwar exemplarisch gestraft werden. Doch wie sollte man die Sache angreifen? Etwa in der Weise, wie Pombal in Portugal getan, also durch einen öffentlichen Prozess? Es wäre leicht gewesen, diesen zu instruieren und die Söhne Loyolas ihrer Verbrechen zu überweisen. Aber dann wurde auch die Bastardangelegenheit öffentlich und diese musste, obwohl sie nur eine jesuitische Erfindung war, einen Höllenskandal absetzen. Campomanes und Moninho, die beiden Konfiskale und zugleich die größten juridischen Notabilitäten Spaniens, rieten aber zu einem anderen Verfahren und diesem Rate stimmte sofort der ganze Staatsrat sowie die juridische Fakultät von Alcala, die man deshalb insgeheim Befragte bei. Mit anderen Worten, es wurde den 28. Februar 1767 der Beschluss gefasst, die Gesellschaft Jesu als eine gemeinschädliche und hochverräterische aus allen Besitzungen der spanischen Monarchie für immer und ewig zu verbannen und zugleich dem Grafen von Aranda anbefohlen, diesen Beschluss sofort in Ausführung zu bringen. Über dem legten die sämtlichen Mitglieder des Staatsrats in die Hände des Königs den Schwur ab, weder durch ein Wort, noch durch einen Wink, noch auf irgendeine andere Art und Weise etwas von dem, was in Aussicht stand, zu verraten, sondern vielmehr gegen die Jesuiten ein ganz unbefangenes Gesicht zu zeigen, damit der Schlag gegen sie umso sicherer geführt werden könne. Kaum war man nun übrigens hierüber im Reinen, so machte sich der Graf von Aranda an die Ausführung des ihm gewordenen Auftrags und ertat dies auf eine Art und Weise, der wohl niemand seine Bewunderung versagen wird. Es erhielten nämlich sofort alle höheren Regierungsbeamten in der ganzen spanischen Monarchie sowie insbesondere auch die Kommandanten der Garnisonstruppen in den Städten, in welchen sich jesuitische Kollegien, Residenzen oder sonstige Häuser befanden, ein mit dem königlichen Siegel versehenes Paket von ganz gleichem Inhalt. Auch da habe ich schon in anderen Stellen drüber gelesen. Dieser Inhalt aber war ein äußerst mysteriöser, denn so wie das Paket geöffnet wurde, so fand sich ein anderes, mit drei Siegeln versehenes vor, nebst einem offenen Zettel, auf welchem folgende Worte zu lesen waren. Hört gut zu, das ist sehr interessant. Bei Todesstrafe werdet ihr das mit den drei Siegeln versehenes schreiben, nicht vor dem 2. April zur Stunde des Sonnenuntergangs eröffnen. Und dieselbe Strafe trifft euch, wenn ihr irgendjemand, er sei, wer er wolle, entdeckt. Ihr habet ein Geheimschreiben erhalten. Ganz die gleichen Schreiben gingen an die Stadthalter, Gouverneure und Kommandanten in den verschiedenen Kolonien von Asien und Amerika ab. Allein natürlich wurde hier, wegen der großen Entfernung dieser Provinzen, der Termin der Eröffnung weiter hinausgestellt. Man kann sich denken, welche Neugier die Beamten und Kommandanten empfunden haben werden, als sie dieses auffallende Schreiben erhielten. Und nicht minder selbstverständlich ist es, dass es ihnen unendlich schwer wurde, diese Neugierde nicht zu befriedigen. Allein, sie erlangten es doch alle, ohne Ausnahme über sich. Und das Geheimnis blieb ein Geheimnis bis zum 2. April. Wie jedoch an diesen Tagen die Sonne schwand, da wurden die Geheimschreiben zu gleicher Zeit eröffnet. Und welches Erstaunen, als man erfuhr, um was es sich handle. Ich übertrage euch, so hieß es unter anderem in dem Schreiben, ich übertrage euch hiermit alle meine Gewalt und meine ganze königliche Macht. Sobald ihr dies Schreiben eröffnet habt, so bietet ihr die gesamte bewaffnete Mannschaft eures Bezirks auf und begebt euch, von ihr begleitet, unverzüglich in das Haus oder Kollegium der Jesuiten. Dort angekommen, stellt ihr vor jede Pforte eine Wache, lasst dann alle Mitglieder der Sozietät aus dem Schlafe wecken und verhaftet sie, einen wie den anderen. Darauf verschließt ihr die Archive und Vorratskammern des Hauses mit dem königlichen Siegel, nehmt die sämtlichen Bücher und Papiere, die sich vorfinden, in Verwahrung und kündigt den Jesuiten an, dass sie euch zu folgen haben, ohne etwas mitnehmen zu dürfen, als ihre Gebetbücher, ihren Mantel und Hut, sowie das zu einer längeren Fahrt nötige Linnenzeug. Sofort requiriert ihr die nötige Anzahl von Wagen, bringt die Jesuiten hinein und schafft sie von der nötigen Mannschaft eskortiert nach dem Seehafen, den ich euch hier bezeichne. Dort liegen bereits die Schiffe parat, welche die Patres nach ihrem Bestimmungsort bringen werden und sobald ihr eure Gefangenen den Kapitänen überliefert haben werdet, seid ihr eure Verantwortlichkeit los. Das aber sage ich euch, so wie ich nach der Einschiffung der Patres noch ein einziger ihrer Gesellschaft, selbst die Kranken nicht ausgenommen, in eurer Stadthalterschaft oder Provinz vorfindet, so werdet ihr dafür mit dem Tode büßen. Yo el Rey, das ist ich, der König. Ende Zitat Also lautete der Befehl, welchen die Gouverneure und höheren Beamten der Regierung erhalten hatten und dass die denselben ganz strikte ausführten, das versteht sie natürlich von selbst. Demgemäß wurden in ganz Spanien die sämtlichen Söhne Loyolas ihrer gegen 6000 in einer und derselben Stunde, das ist um Mitternacht, am 2. April 1762 verhaftet. Und wenige Tage darauf befanden sich alle, ohne Ausnahme, auf den für sie bereit gehaltenen Schiffen. Es war ein Meisterstreich, wie die Welt noch keinen zweiten gesehen hatte und wie die Welt auch keinen zweiten je davon sehen wird. Und die ganze Christenheit wurde dadurch so überrascht, dass sie für längere Zeit gar nicht zu sich selbst kommen konnte. Der König fand es deshalb auch für nötig, seine Gründe, warum er diese grandiose Tat beging, öffentlich darzulegen. Und es erschien sofort jenes berühmte Dekret, welches man die pragmatische Sanktion nennt, die weil darin die Austreibung der Söhne Loyolas sowie die Einziehung ihrer sämtlichen Habe sanktioniert ist. Über dem benachrichtigte er sofort den Papst durch einen eigenen Kurier von dem, was vorgegangen ist und erklärte dem Papst, dass er, wenn er so gehandelt, wie er gehandelt, nur der bittersten Notwendigkeit nachgegeben habe. Allein, was halfen alle diese Vorstellungen? Freilich, die Laienwelt sah ein, dass der Regent von Spanien gar nicht anders habe handeln können. Ja, dass er gegen eine Gesellschaft, die ihn der Ehre und des Throns zugleich berauben wollte, noch sehr gelinnt verfahren sei, wenn er sie bloß des Landes verwies und ihr Vermögen konfiszierte. Der Papst dagegen, nebst der ihm geistesverwandten Klerus, geriet vor Schrecken und Verwirrung ganz außer sich und vielen, wie zum Beispiel dem General Ricky selbst, wurde es gar ohnmächtig. Sobald jedoch der erste Eindruck überwunden war, trat an dessen Stelle Wut und Raserei und man hätte den König von Spanien am liebsten gleich des Thrones entsetzt. Auch er ließ sofort bereits unter dem 16. April seine Heiligkeit der Papst ein Schreiben an den besagten Regenten, worin dieser bei dem Heil seiner Seele, das in großer Gefahr stehe, beschworen wird, gegen die Jesuiten ergriffene Maßregel zurückzunehmen, indem es keine unschuldigere, keine nützlichere, frömmere und heiligere Gesellschaft gebe als diese ihrige kompanierende Jesus. Alleinkönig Karl antwortete, nachdem er mit seinen Räten die nötige Rücksprache genommen hatte, kurz und bündlich, dass es bei der Ausstößung der Söhne Jolas sein Verbleiben habe. Und von diesem, seinem Entschlüsse, ging er auch nicht ab, als ihm der päpstliche Hof drohen ließ, dass man die vertriebenen Jesuiten im Kirchenstaate gar nicht aufnehmen, sondern sie nach Spanien zurücksenden werde. Dagegen verwilligte er jedem, der 6000 Vertriebenen eine jährliche Pension von 100 schweren Piastern auf Lebenszeit und diese wurde auch richtig bar ausbezahlt, bis der letzte spanische Jesuite verstorben war. Nach Spanien aber durfte keiner mehr zurück, solange Karl III. und sein Sohn Karl V. regierten. Und das bringt uns zum Ende der heutigen Lesung von dem Buch von Karl Theodor Griesinger. Aus dem Buch Die Jesuiten, vollständige Geschichte, ihre offene und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt und in dem sechsten Buch Die Herzensgüte der Jesuiten oder Erlaubnis zu Mord und Totschlag. Das war eine für mich sehr interessante Lesung, vor allen Dingen, weil ich hier etwas detaillierter das erfahren habe, was ich schon in anderen Büchern gelesen habe, aber nicht so ins Detail. Aber ich wusste von dem Brief und von der bestimmten Stunde, die da vorangestellt wurde und das ist halt sehr interessantes Geschichtswesen. Natürlich immer heißt es, für immer und ewig sind die Jesuiten vertrieben, bla bla bla. Und inzwischen wissen wir, dass Spanien wieder genauso Jesuiten regiert ist wie ganz Europa. Wir müssen ja mal das folgende verstehen. Dieses Buch wird gelesen im Verständnis, dass wir uns damit beschäftigen, dass es eine von den Jesuiten geführte vatikanische Agenda der neuen Weltordnung gibt. Und diese Jesuiten geführte vatikanische neue Weltordnungsverschwörung, nenne ich es mal, hat natürlich in Europa schon so weit Früchte getragen, dass Europa so dermaßen vereint ist, dass die Nationen ja keine Nationen mehr sind. Wir sind ein Europa, aber kein Europa der vielen Nationen mehr. Die Nationsgrenzen sind verwischt. Sie sind verwischt durch ökonomische Maßnahmen, also wirtschaftliche Maßnahmen. Das anfing mit der EWG, überging in die EEG und heutzutage in der EU ist. Das könnt ihr im Nachtrag die acht Sendungen über der Papst, wie heißt das, der Papst Rom und die Europäische Union von den Diktaturen euch alles nochmal genauer anhören. Das heißt, in Europa gibt es die Nationen im Grunde gar nicht mehr. Wir sind ein europäischer Staat. Das gleiche versuchen sie in Nordamerika mit Kanada und Mexiko zusammen zu machen. Und das sind die ersten Schritte, um eben die ganze Welt so zu vereinen, wie Europa in der Europäischen Union vereint ist. Und das ist die Arbeit der Jesuiten. Also war nichts von wegen die Jesuiten für immer aus Spanien raus, aber zumindest hat der König damals die guten Absichten gehabt. Er hat sogar Lorenzo Ricci eine schwierige Zeit besorgt. Obwohl ich immer noch davon überzeugt bin, dass Lorenzo Ricci die ganzen Sachen im Grunde geplant hatte, von Anfang an. Er hat 1758 sein Generalat übernommen und hat es irgendwann in den wahrscheinlich 1780er Jahren, ist er verstorben, hat es dann abgegeben. Offiziell ist er gestorben 1775, aber es gibt Beweise dafür, dass er 1776 in den Vereinigten Staaten von Amerika als Professor auftrat. Das lesen wir in dem Buch Herrscher des Bösen. Von daher ist Querlesen, dieses Buch lesen und das Buch lesen, dieses Buch kennen und das Buch kennen und die Geschichte kennen und die Geschichte kennen. Sehr interessant. Aber hiermit möchte ich es bei heute belassen. Ich habe genug kommentiert. Ihr habt genug meine Meinung gehört und meine Erklärung gehört. Und ich möchte jetzt eben noch gerne das Wort an Michael geben, dass er noch abschließend seine Gedanken zu der heutigen Sendung dazufügen kann. Bitte Michael. Ja, vielen Dank und für die Erteilung des Wortes und vielen Dank für die Lesung an sich. Ich denke mal, dass ich jetzt nicht mehr so viel kommentieren kann, weil du ja da schon drauf eingegangen bist. Aber ich bin da auch im Zweifel, ob wir uns jetzt darüber verlocken sollen, dass es da endlich mal einen weltlichen Herrscher gab, der mal da Paroli geboten hat oder ob es dann auch wieder ein ganz großes Jesuitentheater ist, dass man da vielleicht ein Land opfert, um dann den Anschein zu erwecken für den ganzen Kontinent, dass alles in Butter ist. Wir haben ja eine ganze Menge Verbote gehabt im 19. Jahrhundert in einigen europäischen Ländern, die ja dann aber unterm Strich, was da, wie ein deutscher Politiker mal sagte, glaube ich, entscheidend ist, was hinten herauskommt. Und was dann herausgekommen ist, dass wir heutzutage quasi einen kompletten Kontinent haben, der, wie du sagtest, eben gar nicht mehr aus den Nationen zusammen besteht. Als solches tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, einen abschließenden Kommentar genau zu dem Kapitel zu geben, weil ich eben da auch nur das jetzt rezitieren kann, was der Griesinger da jetzt gesagt hat. Ich weiß nicht, wie gut seine Informationen sind oder was da genau hinter den Kulissen gespielt worden ist. Mittlerweile kann man ja schon fast alles in Frage stellen. Nicht den Herrn Griesinger an sich, sondern ich weiß halt nicht, wo seine Informationsquellen sind. Ich hätte mir gewünscht, bei dem Kapitel jetzt vielleicht mal die ein oder andere Fußnote zu haben, dass man da sagen könnte, aha, guck mal hier, da gibt es noch ein originales Dokument von dem Brief oder da gibt es noch einen Querverweis von ihm oder so, aber da ist jetzt leider nichts. Deswegen tue ich mich mit einer Bewertung äußerst schwer. Was ich aber noch dazu beitragen muss, ist, ich musste jetzt schmunzeln die letzten Tage, weil mir bekannt wurde, dass ein junger, bekannter Mann, der gerade sein Abi gemacht hat, jetzt anfängt in Deutschland Geschichte zu studieren auf Lehramt. Und da musste ich ja schon eh schon nur schmunzeln, weil ich ja weiß, was er dann halt an Geschichte da zu lernen hat. Interessant fand ich dann aber, dass er Latein als Pflichtfach wählen muss, um Geschichte zu studieren. Das weiß ich nicht, ob dir das bekannt war. Mir war es so nicht bekannt. Ich finde es aber unter den ganzen Hintergründen extrem amüsant, wenn ich mir überlege, welchen Inhalten der armen Männer gefüttert wird und das dann auch noch Latein lernen kann und muss, um halt da Geschichte zu studieren. Dann können wir uns ja schon darauf einigen, welche Geschichte er dann zu studieren bekommt. Das können wir sowieso, da er ja im Ratio Studiorum System lernt. Ja, aber für uns ist es dann halt einfach noch ein weiterer Beweis mehr, dass er dann letzten Endes eben genau das römische Recht oder römische Geschichte dann lehrt, gelernt bekommt. Und weil er da letzten Endes auch dann kein Jod davon abweichen darf, das zu rezitieren, was er dann quasi wieder auswendig gelernt hat. Und deswegen fand ich es halt einfach sehr interessant, dass man heutzutage, wenn man heutzutage im 21. Jahrhundert Geschichte studiert, immer noch eine tote Sprache lernen muss. Ja, das wären so meine abschließenden Kommentare dazu. Wie gesagt, wir kennen ja die Geschichte nicht aus dem Blickwinkel von dem Herrn Griesinger, sondern auch aufgrund dessen, dass jetzt seit Errichtung des Schreiben des Buches um die 150 Jahre jetzt vergangen sind. Und ich will mich da jetzt auch gar nicht um ein paar Jahre streiten, sondern für mich geht es um den Punkt, wenn wir wirklich schauen, wo wir heute stehen, dann war halt leider die Vorfreude ein bisschen zu früh. Oder eventuell hat der Herr Griesinger auch dann nicht das Kapitel der Offenbarung bis zum Schluss durchgelesen. Aber im Endeffekt ist es so, wir sind dem Herrn Griesinger zu sehr großem Dank verpflichtet, dass wir halt immer weitere Facetten kennenlernen und immer mehr zu hören bekommen, dass letzten Endes dann schon doch wohl eine Opposition da war, die aber da nicht fortgesetzt werden konnte. Weil ich denke auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die Mehrzahl des Volkes letzten Endes nicht informiert ist, zum einen früher nicht des Lesens besonders mächtig war und selbst dann war ja damals, wie wir schon in anderen Lesungen von dem ersten Buch von Griesinger da festgestellt haben, eine Bibel extrem teuer gewesen, sodass sich dann halt nur einige Adlige oder Könige dann halt am Anfang vielleicht erst eine Bibel lesen konnten. Und später, wo es dann verbreitet wurde, denke ich mir, ist das normale Volk dann auch nach einer anfänglichen Reformation und Revolution, wenn wir mal so sagen wollen, dann wieder zum Tagesgeschäft übergegangen und hat dann gesagt, naja gut, sollen die mal machen. Und ich glaube und ich fürchte halt einfach, dass da die sogenannten weltlichen Herrscher halt eben nicht diese Funktion inne hatten, um ihr Volk letzten Endes davor bewahren zu können, weil dieses Volk im Großen und Ganzen vielleicht, wie wir jetzt heutzutage sehen, die Entwicklung der Geschichte uns zeigt, gar nicht bewahrt werden möchte großartig, weil die mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind als um ihr Seelenheil. Und das ist dann im Endeffekt doch ein bisschen schade. Ja, ich weiß nicht, wie ich mich da jetzt, du kannst das immer viel kürzer ausdrücken als ich, ich finde es halt einfach, mich wurmt das, ja mich wurmt es halt einfach, wenn ich sehe, wie viele Leute damals dann im 17., 18., 19. Jahrhundert die Bibel quasi für, für Umme, für umsonst oder für halt ganz wenige Pfennige dann im Gegensatz zum 16. Jahrhundert dann sich leisten konnten, sich dann halt doch so wenig dann getan hat, dass die Allgemeinheit dann erst einen Gerichtsprozess in Frankreich braucht, um überhaupt die Jesuiten zu durchblicken. Ja, obwohl die ja mit ihrer Politik und so weiter ja eigentlich schon völlig der Bibel entgegenstehen. Ja, du sprichst von dem Prozess von Valetta, ne? Ja, genau. Ja, ja. Und das ist halt einfach jetzt in jedem Land genau dasselbe. Der normale, gemeine Arbeiter hatte halt sicherlich früher ein viel schwereres und beschwerlicheres Leben als heutzutage. Und damals war dann wahrscheinlich dann irgendwann abends die Familie total hunemüde und die Kinder mussten noch versorgt werden und dies und jenes. Und heutzutage sind die Leute halt dauerberieselt. Aber im Endeffekt ist es dann tatsächlich so, die wirkliche Aufklärung findet ja letzten Endes spirituell statt, dass jemand dann plötzlich sagt, Moment mal, da bestehen ja ganz große Unterschiede zwischen Wirklichkeit und also zwischen der Theorie und der Praxis. Irgendwas stimmt hier gar nicht in dem System. Und die Leute schlafen heutzutage genauso, obwohl sie eigentlich viel mehr Möglichkeiten hätten als damals im 19. Jahrhundert noch oder im 18. und 16. Jahrhundert. Und das finde ich so spannend. Das finde ich halt, das kann ich mir nur mit der Lethargie erklären, dass im Endeffekt der Egoismus der Menschen halt, die dazu antreibt, sich mit solchen Dingen, die deren Wohlbefinden irgendwie tangieren können, überhaupt nicht zu beschäftigen. Ich will dir ein wenig die Frustration nehmen, Michael. Es ist immer nur eine ganz, ganz, ganz kleine Minderheit, die sich für dergleichen Dinge interessiert, die dergleichen Dinge studiert, die die Bibel liest, die die Bibel glaubt und die die Bibel lebt. Wir sind immer in der Minderheit gewesen. Wir waren in der Minderheit zur Zeit des Israel im Alten Testament. Die Propheten, die Gott schickte in der Zeit, jedes Mal, wenn er sein Volk hat warnen wollen, haben sie alle umgebracht, auf alle möglichen Arten und Weisen. Jesus Christus, den größten und letzten Propheten von allen, haben sie ans Kreuz genagelt. Und jeden anderen Wahrheitssprecher seit Jesus Christus, außer Johannes, den Apostel, sind alle Märtyrer-Tode gestorben. Alle zwölf Apostel, außer Johannes, haben den Märtyrer-Tod gestorben oder sind den Märtyrer-Tod gestorben. Und ich möchte gar nicht von den Millionen und Abermillionen sprechen, die in der Zeit des heidnischen Roms und danach in der Zeit des päpstlichen Roms, vor allen Dingen durch die Inquisition, bis heute vernichtet worden sind. Jeder, der es wagt, seine Stimme gegen die Autorität auf dieser Erde zu erheben, wird zum Schweigen gebracht. Und die große Masse schwimmt mit der Autorität mit. Die sehen es nicht, die wollen es nicht sehen, die sind, und das ist der einzige Vorwurf, den man ihnen machen kann. Du und ich und viele, die dieses Video schauen, sind auch lange durch das Leben gegangen, betrogen, belogen, haben uns ablenken lassen. Wir haben Dinge getan, auf die wir heute überhaupt nicht mehr stolz sind. Aber wir haben durch die Gnade Gottes zu seinem Wort gefunden. Aber es ist nur eine kleine Anzahl von Menschen, die dazu findet. Und das ist von Gott auch so vorhergesehen. Ich weiß nicht, warum. Ich kann dir nicht sagen, warum er nicht die Majorität rettet und die Minorität verschwinden lässt. Es ist genau andersrum. Er rettet die Minorität und er verdammt die Majorität. Warum? Das muss jeder mit Gott selbst ausmachen. Aber jetzt habe ich auch meinen Punkt wieder. Ja, bitte, dann sag deinen Punkt nochmal. Ja, der Punkt ist der, dass deswegen jede Regierung, also es ist meine persönliche Meinung, jede Regierung und jeder Herrscher, sprich König oder so, grundsätzlich gegen eine kirchliche Institution wie die römisch-katholische Kirche mit ihren ganzen Denominationen und Orden und so weiter scheitern muss, weil die Mehrheit, also die Majorität des Volkes immer Kirche mit Gott oder mit irgendetwas, was man nicht antastet und irgendetwas, was man nicht kritisiert, gleichsetzt. Ja, das ist der größte Trick, wie du schon mal gesagt hast in diesem Video, The Greatest Deception. Ja, der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Ja, ja, das Meisterstück Satans ist die Schaffung letzten Endes einer universellen Kirche, wo sich jeder so ein bisschen wiederfindet, ja, und wo die Mehrheit dann sagt, ja, das ist immer schon so gewesen, das wird schon seine Richtigkeit haben. Und dagegen kann der weltliche Herrscher nicht an, wenn er das tut, wissen wir ja selber, was passiert ist, beim Heinrich IV. beispielsweise, dann wird der König exkommuniziert oder in England ein ganzes Land exkommuniziert und solche ganzen Dinge passieren dann und dann hat der König dann plötzlich nicht nur den externen Gegner mit dem Papsttum oder dem Vatikan, sondern auch die eigene Bevölkerung gegen sich. Und das ist das große Problem und da komme ich dann wieder auf den Film The Matrix zu sprechen, wo dann der Protagonist Orpheus, mit interessanter Name übrigens, ja, dem Neo dann sagt, dass also die Gesellschaft, in der wir leben, der große Feind ist und nicht der Gegner an sich. Ja, weil in der Gesellschaft die Leute halt ihre Gesetze und ihre Gesetzmäßigkeiten haben und die dürfen nicht in Frage gestellt werden, weil die Mehrheit ist letzten Endes immer an der Erhaltung des Status Quo interessiert und bloß keine Veränderung, weil man weiß halt nicht, ob es jetzt besser oder ob es jetzt halt schlechter wird. Aber ich denke, das ist der Grund, für mich zumindest der Grund, warum jeder König und jede Regierung gegen die Kirche gescheitert ist. Weil halt die Mehrheit des Volkes letzten Endes nicht zu informieren gewesen ist, weil aus welchen Gründen auch immer die eine größere Autorität der Kirche zugebilligt haben als dem Herrscher selber. Und das mag daran liegen, dass die Kirche, die universelle katholische Kirche eben in jedem Land vertreten ist, wo hingegen ein weltlicher Herrscher dann maximal über ein Land herrschen kann. Oder vielleicht auch über ein Commonwealth of the World. Da will ich mich jetzt im Falle Englands gar nicht drüber streiten. Ja, aber die römisch-katholische Kirche ist ja ein riesen Machtapparat, der übrigens ja auch logischerweise den eigentlichen weltlichen Staat führt, den Vatikanstaat. Aber der ist ja letzten Endes jedem normalen nationalen Staat weit überlegen, weil er eine viel ältere Geschichte hat und weil er auch... Es gibt eine Aussage von einem römisch-katholischen Kardinal, der sagt, die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. Ja, ist sie ja auch. Das lesen wir, glaube ich, in Herrscher des Bösen, das Zitat. Da steht bei, von welchem Kardinal das ist. Aber das ist ein Zitat eines Kardinals. Das mit dem Austrocknen des Sumpfes, wie du das genannt hast, hast du die Worte gebraucht, aber etwas Ähnliches, das Reinigen. Ich möchte da eben kurz zum Abschluss kommen, dass wir nicht zu lange sind und die Leute uns nicht mehr zuhören. Das wäre ja auch schade. Viele sehen ja in Donald Trump die große Erlösung jetzt kommen. Und Donald Trump hat ja am Anfang seines Präsidentenamtes gesagt, er werde diesen Filz, diesen Sumpf in Washington austrocknen. Und meine Antwort damals war dieselbe, wie sie heute ist. Du kannst den Sumpf nicht austrocknen, wenn du selber Teil des Sumpfes bist. Und die Regierungen, und ich habe es jetzt nicht über die Zeit von Griesinger, da war das vielleicht noch ein wenig anders. Da waren vielleicht Könige wie der Karl III., von dem wir heute gesprochen haben, wirklich noch in einer Position, wirklich etwas zu machen, was andere nicht machen konnten. Das gebe ich ihm jetzt mal. Aber in der Situation, in der wir heute sind, sind alle Politiker dieser Welt der Kirche untertan. Die geistige Macht regiert über der weltlichen Macht. Und von daher kann eine Lösung weltlicher Probleme niemals aus der Welt kommen. Und der Punkt, mit dem ich das beschließen möchte, ist, wir müssen uns als Christen um die weltlichen Probleme gar nicht kümmern. Wir haben mit den Problemen dieser Welt gar nichts zu tun. Wir müssen uns um die geistigen Probleme kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir das Wort von unserem Herrn, so wie er es uns in Matthäus Kapitel 6 erklärt, und ich probiere das mal eben aufzuschlagen, wir müssen, Matthäus Kapitel 6, Verse 19, da sagt Jesus Christus, Jetzt mal eben eine ganz blöde Frage. Was für einen Schatz kann ich mir denn im Himmel machen, den ich selber nicht sehen kann, wo ich selber nicht physisch drin bin, was für Schätze kann ich mir denn darlegen? Das kann doch nur um geistige Schätze sich handeln. Also, mit anderen Worten sagt Jesus, Verwerft alles, was hier auf dieser Welt an Material ist, sondern sammelt euch geistige Schätze, dass wenn die Frage eines Tages kommt, bist du würdig des ewigen Lebens, dass du das bejahen kannst, und dass du das bejahen kannst, eben weil du hier auf Erden dazu beigetragen hast, dass du geistig gewirkt hast und nicht weltlich gewirkt hast. Denn in Vers 20 sagt er, Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Unser Herz sitzt hier auf dieser Erde in unserem Körper. Und unser Körper ist der Tempel Gottes. Und wenn wir da unseren Schatz reinlegen, dann haben wir Reichtum. Wenn wir das außerhalb unseres Körpers tun, dann ist das verlorene Liebesmüh. Und mit diesen Worten möchte ich gerne abschließen und dir noch das letzte Schlusswort lassen, Michael. Ja, vielen Dank. Ich meine, im Endeffekt ist es immer am besten, die Bibel zu zitieren. Und da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, weil du gedacht hast, ich habe jetzt eigentlich nur auf das Maranatha gewartet. Naja, das kann ich dann ja gleich noch geben. Wenn du soweit fertig bist, dann... Genau, ich habe jetzt auch gar keine Bibel parat, aber im Endeffekt ist es dann tatsächlich so, ich hätte jetzt, ich mache mal zwei Zitate. Das erste Zitat kommt tatsächlich aus diesem Film, The Matrix, was ich jetzt echt so interessant finde, immer in puncto weltliche gegen geistliche Macht. Oder besser gesagt, Ja, gut, ich lese einfach mal vor, weil ich das einfach sehr, sehr bezeichnend finde. Also, die Matrix ist ein System. Dieses System ist unser Feind. Aber wenn du drinnen bist und dich umsiehst, was siehst du? Geschäftsleute, Lehrer, Tischler. Genau die Seelen von den Menschen, die wir versuchen zu retten. Aber bis das geschieht, sind diese Menschen Teil des Systems und dadurch unser Feind. Du musst verstehen, die meisten dieser Menschen sind nicht bereit, um abgekoppelt zu werden. Viele von ihnen sind hoffnungslos abhängig vom System, dass sie bereit sind, dafür zu kämpfen und es zu beschützen. Dieses meinte ich jetzt eben. Ja, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, der Rest deines Zitates spiegelt genau das wieder, was Jesus Christus gesagt hat, dass er sagte, wenn ihr meinen Namen bekennt auf dieser Welt, dann werden sie euch aus der Synagoge rauswerfen, sie werden euch verfolgen und sie werden denken, dass sie Gottes Werk tun. Ja. Gut. Ja, und er sagte ja, Jesus hat ja auch damals die Tische im Tempel umgeworfen von den Kaufleuten, habe gesagt, ihr habt aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhülle gemacht. Ja. Ja. Und deswegen ist es ja auch eigentlich, deswegen ist eigentlich ganz klar, dass sich die Zustände in diesen 2000 Jahren plus minus nicht geändert haben. Und dann schließe ich jetzt auch mal mit dem Bibelzitat, das eigentlich so am besten dazu passt, ist eigentlich ganz klassisch Johannes 14,6, da muss ich gar nicht für nachgucken. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben spricht Jesus. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das hast du schön gesagt, Michael. Ich schließe auch noch mit einem Bibelzitat. Ich lese das die letzte Zeit sehr, sehr gerne. Das ist, komm damit nochmal zurück auf den Unterschied zwischen dem Geistlichen und dem Weltlichen. Ja. Oder dem Geistlichen und dem Fleischlichen. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr Stand halten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Hierzu möchte ich auch nochmal das tägliche Seelenbrot vom 10. Januar anbefehlen. Das kann man sich dann auch nochmal anschauen. Das hat einen ähnlichen Bezug. Und ich hoffe, dass euch daraus wieder einmal deutlich geworden ist, wie wichtig es ist, das Wort Gottes, die Bibel, zu studieren. Also, studiert und lest bitte eure Bibel. Maranatha. 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 Maranatha.